Kirk Cousins ist ein Falcon, Christian Wilkins ist ein Raider und noch vieles, vieles mehr heute in dem Video. Wir gucken uns den ersten Tag der inoffiziellen Free Agency oder des inoffiziellen Starts der Free Agency an. Was ist so passiert, was sind das für Auswirkungen oder was hat das für Auswirkungen auf die eventuell restlichen noch verbleibenden Free Agents oder natürlich auch Teams, auf den Draft-Status von vielen Spielern, von Teams und so weiter und so fort. Ich habe mir, keine Ahnung wie viele das sind, 20, 25 Spieler rausgeschrieben, über die wir ganz kurz reden heute. War es gut vom Spieler aus oder ist es ein guter Fit für den Spieler, ist es gut vom Team, sich den Spieler reingeholt zu haben ins Team und so weiter und so fort. Wir reden über die beiden Trades, die es gestern gab und dann gucken wir uns zum Schluss noch ein bisschen an, was für Free Agents denn jetzt noch verfügbar sind zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos. Kann sein, dass sich das bis zur Veröffentlichung schon ein bisschen geändert hat, da liegen ein bisschen mehr als drei Stunden dazwischen, aber wir werden sehen. Wir fangen direkt an mit Kirk Cousins zu den Falcons und bevor ihr euch wundert, ich werde nicht wirklich auf Geld eingehen heute, weil das, also an der einen oder anderen Stelle werde ich auf Geld-Argumente eingehen, die ich gelesen habe online und warum die meiner Meinung nach nicht so viel Sinn ergeben und was auch immer. Aber ich werde nicht sagen, ah, für so und so viele Jahre und so und so viel Geld und das ist gut aus dem Moment, ist mir egal. Es geht mir erstmal wirklich nur um den Football-Aspekt, um den spielerischen Aspekt, ganzes Roster-Building und Geld und sowas können wir uns wann anders mit beschäftigen. Kirk Cousins ist jetzt zu den Falcons gegangen. Falcons haben gesagt, die Priorität Nummer 1 für sie ist es, ein Quarterback zu finden. Ich bin davon ausgegangen, dass sie es im Draft machen wollen. Natürlich nicht die allergeilste Situation im Draft, weil du halt höchstwahrscheinlich nur mindestens drei, vier Teams vor dir hast, die auf Quarterback aus sind. Und dementsprechend haben sie sich dann vermutlich gedacht, okay, was ist unsere beste Option, wenn es nicht der Draft ist? Wen können wir eventuell ertraden? Oder noch besser, wo müssen wir gar nicht irgendwie Draft-Capital und sowas für abgeben können, unseren achten Pick im Draft behalten? Ähm, glaube ich, der achte. Sondern wen können wir in der Free Agency holen? Und ich weiß, Kirk Cousins ist jetzt nicht der Superstar-QB vom Namen her, aber einen Kirk Cousins in der Free Agency zu kriegen... Oh, ich muss gleich niesen. Damn it. Kirk Cousins in der Free Agency zu kriegen, ist schon absolut Best-Case-Szenario. So, die ganzen anderen Quarterbacks, die wirklich einen besseren Rang haben, besseren Namen haben, jünger sind, irgendwie krasser sind, was auch immer, die kommen nicht in Free Agency. Das gibt's nicht. Deswegen, Kirk Cousins ist für Free Agency und dafür, dass du, wie gesagt, nichts anderes abgeben musst, dafür, dass du trotzdem noch deinen First-Round-Pick hast und sowas, und alle deine Picks hast, ist es das Best-Case-Szenario. Für Kirk Cousins ist es cool, er geht von einem Team mit Waffen zu einem Team mit Waffen, ähm, bisschen anders eingestellt, neuer Head-Coach, da-da-da. Deutlich, deutlich einfachere Division, obwohl deutlich, äh, einfachere Division, sagen wir mal, ähm, und hat damit auf jeden Fall die Chance, nächstes Jahr die Division zu gewinnen, in die Playoffs reinzukommen und mal gucken, was dann da passiert. Wie gesagt, die Falcons haben ja auch noch den achten Pick, also, ähm, das ist eigentlich für beide, glaube ich, ziemlich cool. Ich hab nicht damit gerechnet, ich war mir eigentlich, also, was heißt sicher, aber ich bin einfach davon ausgegangen, ich hab gar nicht wirklich drüber nachgedacht, dass Kirk Cousins zu den Vikings zurückgeht, ähm, ist nicht passiert, jetzt ist er ein Falcon. Die Raiders haben doppelt zugeschlagen, das eine Mal natürlich Christian Wilkins geholt, so, das war, ähm, eventuell positionsübergreifend der beste Free-Agent auf dem Markt und, äh, mit Quarterbacks immer ein bisschen schwer noch einzuschätzen, aber was auch immer, den jetzt auf jeden Fall mit Max Crosby in der gleichen D-Line zu haben, das ist natürlich brutal, du hast ja jetzt einen absoluten Disruptor in der Mitte, wenn der Quarterback dann rausgeflasht wird, wartet auch immer auf einmal Max Crosby oder andersrum, wenn er in der Pocket upsteppen muss, dann ist er auf einmal Christian Wilkins, also, die beiden zusammen, ähm, das kann sehr, sehr, sehr brutal sein, ist absolutes Splash-Signing, ist bestimmt auch ein Teilgrund gewesen, aus dem Christian Wilkins sich für die Raiders entschieden hat, da waren ja mindestens noch drei, vier andere Teams dran, äh, die namentlich genannt wurden und dann bestimmt noch irgendwie zwei, drei, die irgendwo im Schatten mitgearbeitet haben, äh, das ist ja häufiger mal so, auch gerade bei Trades und so, dass man drei, vier Teams so als Kandidaten hat und dann, bumm, kommt auf einmal das Fünfte, was wirklich für jemanden tradet oder in der Free Agency den halt verpflichtet, der andere Spieler, der zu den Raiders gegangen ist, ist Gardner Minshew und das hat mich ein bisschen mehr verwundert, ähm, ich hab jetzt schon, ich weiß gar nicht, ob das Rappaport war oder wer gesehen, der geschrieben hat, ja, der wird mit, äh, Aiden O'Connell dann, ähm, versuchen, das Ganze auszuduken, wer, wer der Starting Quarterback wird, und ich dachte, I don't know, Gardner Minshew ist für mich kein Starting Quarterback, sondern, wenn überhaupt, ein Brücken Quarterback und das kann auch tatsächlich der Fall sein bei den Raiders, dass sie sagen, okay, wir wollen dieses Jahr jetzt keinen Quarterback draften, wir kommen dieses Jahr vermutlich im Draften nicht an einen Rand, den wir noch haben wollen, deswegen holen wir uns einen Brücken-QB, der uns für ein Jahr lang quasi retten kann und dann nächstes Jahr sind wir in einer besseren Position, um einen QB zu draften. Ich frage mich nur, warum er nächstes Jahr in einer besseren Position sein sollte, einen QB zu draften, ähm, gerade jetzt, wenn man sich gleichzeitig dieses Jahr Christian Wilkins holt. Ich weiß, Christian Wilkins ist jung genug, den musst du nicht für dieses Jahr holen, den kannst du auch einfach dieses Jahr schon holen, um ihn in der ganzen Zukunft zu haben, aber die beiden zusammen ist trotzdem irgendwie eine komische Kombination und ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass die Raiders trotzdem einen QB draften. Das könnte nämlich der andere Ansatzpunkt sein, dass sie sagen, ah, Gardner Minshew ist unser Brücken-QB für das eine Jahr, in dem der Quarterback, den wir draften, sich entwickeln muss. Wenn man in so eine Richtung denkt, dann wirkt es schon sehr wie J.J. McCarthy, aber wir werden sehen. Die Panthers haben auch doppelt zugeschlagen und, äh, doppelt zugeschlagen heißt nicht, dass sie nur zwei geholt haben, sondern ich rede über die anderen jetzt nicht wirklich in dem Video, ähm, bei den Raiders auch. Ich habe mir bei manchen Teams zwei, bei relativ vielen Teams habe ich mir zwei aufgeschrieben, fällt mir gerade ein. Interesting. Aber was auch immer. Ja, auf jeden Fall, die beiden, über die wir reden, die die Panthers nicht guld haben, sind Robert Hunt und Damian Lewis. Das heißt, die haben sich einfach mal entspannte zwei Guards geholt. Robert Hunt hat auch einen bärischen Vertrag gekriegt. Das Ding ist, man ist noch die alten Zahlen gewöhnt, man ist halt immer die Zahlen vom Jahr vorher gewöhnt. Da rede ich auch nachher bei Brian Burns noch ein bisschen drüber bei dem Trade. Ähm, deswegen sieht der Vertrag so gigantisch aus von Robert Hunt. Man denkt sich, oh mein Gott, viel zu viel. Und dann denkt man im Moment, der Cap ist weit hochgegangen, wir müssen uns anpassen, theoretisch. Und der Cap ist halt auch pro Jahr so viel hochgegangen. Und wir sehen seine gesamte Zahl, die quasi jetzt für einen Drei-Jahres-Vertrag dreimal so viel hochgegangen ist. Also was auch immer. Robert Hunt auf jeden Fall einen dicken Vertrag gekriegt und Damian Lewis hat einen dicken Vertrag gekriegt. Die haben sich jetzt damit zwei Guards geholt, zwei Interior O-Liner, könnten eventuell einen Guard, den sie schon haben, auf Center switchen und haben dann damit auf jeden Fall, ähm, die Interior O-Line deutlich, deutlich verbessert, was auf jeden Fall einer der Schwachpunkte war letztes Jahr. Ähm, damit sollte das Rushing-Game auch direkt viel besser funktionieren, was Bryce Young dann gleichzeitig nochmal ein bisschen, bisschen stärkt. Also was die Panthers gemacht haben, ähm, selbst wenn es aggressiv ist, aggressiv in die O-Line gehen, halte ich immer für smart. Und ich glaube, das war der, der absolut richtige Ansatzpunkt, jetzt in der Free Agency Geld in die O-Line zu stecken und dann im Draft zu gucken, was man waffentechnisch machen kann für Bryce Young, weil du da deutlich auch in spätere Runden noch jemanden finden kannst, der direkt in Jahr 1 weiterhelfen kann. Also Panthers meiner Meinung nach smarter Plan. Die Rams haben auch im Interior O-Line-Markt zugeschlagen, nachdem sie ja Dodson schon aus den eigenen Reihen quasi verlängert hatten. Äh, kommt jetzt Jonah Jackson dazu von den Lions. Wir haben gestern im Video drüber geredet, deswegen muss ich nicht allzu viel zu ihm persönlich sagen, weil ich, wie gesagt, ihn gestern schon im Video hatte. Wenn er fit bleiben kann, ist es, ist es sehr, sehr gut. Äh, gleichzeitig mit Dodson und Jonah Jackson, Avila auf Center, hast du dann auf einmal drei sehr, sehr, sehr gute Interior O-Liner, beziehungsweise drei gute bis sehr gute Interior O-Liner. Damit gilt das Gleiche, was ich bei den Panthers gesagt hatte, eben bloß halt nochmal mehr. Das heißt, das Rushing-Game sollte nochmal einen Schritt nach vorne machen. Also kauft euch Keim-Williams-Aktien, wenn ihr, wenn ihr wollt, oder wenn ihr Fantasy spielt. Sag ich euch jetzt schon, Keim-Williams sollte sehr, sehr früh gehen, glaube ich. Ich bin kein Fantasy-Experte, aber das wirkt einfach wie ein Match made in Heaven, was gleichzeitig, wenn das Rushing-Game besser funktioniert, halt auch noch das Passing-Game wieder mehr öffnet und so. Also mit den Rams sollte man nächstes Jahr auf jeden Fall rechnen. Die Bears haben sich D'Andre Swift geholt, unter anderem, ich glaube, noch Kevin Bayert und so, aber da reden wir nicht drüber, sondern wir reden über D'Andre Swift, der zu den Bears gegangen ist. Auf der einen Seite natürlich sehr gut, cool, Upgrade. Man hat den Running Back, der ein bisschen das Element reinbringen kann, was die letzten Jahre eventuell ein kleines bisschen gefehlt hat, was bei den Bears vielleicht seit Terry Cohen schon gefehlt hat. Ein bisschen mehr dieser, keine Ahnung, mehr Quick-Eback, den du vielleicht auch ein bisschen mehr im Passing-Game benutzen kannst. Heutzutage können das eigentlich fast alle Running Backs im Passing-Game benutzt werden, aber manche können es halt deutlich besser und da würde ich D'Andre Swift dazu zählen. Hier fand ich es sehr witzig zu sehen, wie die Bears-Fans versucht haben, sich so... Man hat gemerkt, viele Leute haben das Geld kritisiert. So, der verdient 8 Millionen pro Jahr, das ist voll in Ordnung eigentlich. Gerade wenn man halt drüber nachdenkt nochmal, ah, der Cap ist ja hochgegangen geworden. Ist nicht das gleiche, wie wenn ein Running Back letztes Jahr 8 Millionen verdient hätte pro Jahr. Aber, statt sowas zu sagen, habe ich mehrere Bears-Fans gesehen, die versucht haben, das Ganze so rumzuswitchen von wegen, ja, und die Bears haben damit den Running Back-Markt wieder hochgepusht mit dem Geld, was sie D'Andre Swift gegeben haben. Denn alle anderen Running Backs, die besser sind und so, die wollen jetzt mehr Geld und kosten deswegen anderen Teams mehr Geld, andere Teams mehr Geld und die Bears können sich das Swift-Geld leisten und andere Teams können sich das von den Top Running Backs nicht leisten und deswegen ist das Geld... Pff, das ist schon 18 Stufen zu weit gedacht, glaube ich, wenn man ehrlich ist. Weil einen so einen Vertrag nie wirklich den Markt korrigieren kann. Es ist nicht so, dass andere in Verhandlungen waren und dann so, Moment mal, die andere Swift kriegt so viel, ich will so viel. Also, das kriegt man auch meistens nicht mit, ne? Denn obwohl die Legal Tampering-Period gestern angefangen hat, die sind alle schon die ganze Zeit in Verhandlungen gewesen. Da muss man ja nicht irgendwie was anderes erzählen. Wie gesagt, Geld ist mir relativ egal. Erstmal, D'Andre Swift zu den Bears, glaube ich, ist definitiv was, was die Bears gebraucht haben. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar woanders attackiert hätte, aber das kommt, also, eventuell Richtung Derrick Henry, Saquon, Josh Jacobs, Richtung das Level, was ja mal in der Top 3 Running Backs für Agents waren, wo ich gestern auch gesagt habe, dahinter ist erstmal eine kleine Lücke. Aber das hängt auch ein bisschen damit zusammen, was sie im Draft machen wollen und ich weiß ja nicht, was deren Pläne sind zurzeit. So, Vikings haben auch doppelt zugeschlagen, nachdem sie Kirk Cousins verloren haben. Das eine ist Jonathan Greenert, der jetzt zu den Vikings kommt. Und auch da, glaube ich, ist ein bisschen Captain Copium am Start, weil der auf jeden Fall ein Downgrade ist im Vergleich zu Daniel Hunter. Eventuell kommt Hunter ja zurück, gehe ich nicht von außen jetzt, aber auch da sehe ich manche Vikings-Fans, die sagen, oh, Jonathan Greenert und bla, der war mehr wirklich Cleanup-Duty und wenn man sich die Produktion anguckt, die er letztes Jahr hatte zum Beispiel, viel davon war Cleanup, aber er hat halt trotzdem noch immenses Potenzial. Also, der ist, glaube ich, noch nicht da angekommen, wo er mal sein kann und gerade bei den Vikings mit dem System kann es passieren, dass er nächstes Jahr diesen Schritt nach vorne macht. Hoffe ich für ihn persönlich, für die Vikings hoffe ich das natürlich nicht. Oder von mir aus in allen Spielen, außer gegen die Lions. Der andere ist Sam Darnold. Sam Darnold sieht ja so aus, als wäre er in der Starting Quarterback dieses Jahr. Ich habe auch da Vikings-Fans gesehen, die gesagt haben, es ist egal, Justin Fields kommt sowieso noch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Bears sind in der gleichen Division traden würden, beziehungsweise wenn, dann vermutlich sehr teuer. Und da weiß ich dann wiederum nicht, ob die Vikings das machen wollen. Und da weiß ich auch nicht, wenn sie Justin Fields haben wollen würden, ob sie dann gleichzeitig Sam Darnold geholt hätten. Das heißt, so blöd das vielleicht klingt für Vikings-Fans, es kann sehr gut sein, dass Sam Darnold der Starting Quarterback ist. Auf der anderen Seite muss man da auch versuchen, nicht jetzt direkt in so ein Loch zu fallen, so ein Pessimismus-Loch. Denn die Berichte letztes Jahr aus dem Trainingscamp von den 49ers, ich glaube nicht, dass Sam Darnold irgendwie großartig eine Lobby hat von Leuten, die ihn vertreten wollen und die ihn in den Medien extrem lieben und was weiß ich. Also ich glaube, der sah einfach wirklich gut aus dem Trainingscamp letztes Jahr. Und deswegen sollte man ihm auf jeden Fall eine Chance geben jetzt erstmal bei den Vikings. Aber auch da habe ich ein paar Leute gesehen, die jetzt logischerweise, weil sie Vikings-Fans sind, und denken so, ah, wir haben Kirk Cousins weggehen lassen und bla, so. Ich meine, es gab eine Nachricht, einen Brief mehr oder weniger vom Vikings-GM, der gesagt hat so, ey, wir wollten und wir haben Angebote gemacht und wir haben das Gefühl gehabt, es ging in eine gute Richtung und dann waren wir aber am Ende trotzdem geldmäßig nicht so mit drin und konnten das nicht machen und bla. Die wollten Kirk Cousins zurückhaben, aber haben dann vermutlich irgendwann gedacht, okay, wir können jetzt nicht alles Geld der Welt, Kirk Cousins irgendwie hinterherwerfen, wir haben andere Verträge, die verlängert werden müssen die nächsten Jahre. Ähm, und da müssen wir halt unseren Notfallplan nehmen. Aber ich glaube, es ist unbestreitbar, dass sie jetzt im Notfallplan sind. Es ist die NFL, es passieren komische Sachen, manchmal ist der Notfallplan das Beste, was einem passieren konnte. Ähm, wir werden sehen. Die Packers hatten auch nur einen super verrückten Tag, die haben erst Josh Jacobs gesigned, wo dann alle schon gedacht haben, what the fuck ist hier los und Josh Jacobs und ja, eigentlich smart, die Receiver sind günstig, der QB ist günstig, warum nicht zwei krasse Running Backs haben. Ähm, andere Leute hatten schon, glaube ich, eher geschnallt, in welche Richtung es geht, meinten so, oh, dann ist die Zeit von Aaron Jones wohl vorbei. Und, ähm, ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass sie ihn cutten. Ich hätte gedacht, da findest du irgendeinen Abnehmer, vermutlich vertragsmäßig dann wieder ein bisschen, wäre es ein bisschen schwer gewesen, aber, ähm, ja, irgendwie ein komischer Move, weil gefühlt die ganzen letzten Jahre war Aaron Jones halt die Offense so, ähm, und den dann mehr oder weniger einfach so sang und klanglos zu cutten, fand ich ein bisschen komisch, aber es ist halt Business. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, die Packers machen das uncool und bla. Ich find's uncool, aber das hätte auch jedes andere NFL-Team sein können. Das ist einfach wirklich dann der Business-Aspekt. Und wer weiß auch, was die hinter den Türen alles miteinander besprochen haben und so. Es wirkt einfach nur nach außen sehr, sehr kalt und sehr illoyal, sag ich mal. Ähm, und dann, aber erstmal Josh Jacobs natürlich sehr stark. Ist ein Upgrade, meiner Meinung nach, über Aaron Jones. Äh, mal gucken, wie er, wie er klarkommt, wenn mehr Receiving-Sachen von ihm verlangt werden, weil das auf jeden Fall der Fall sein wird bei den Packers im Vergleich jetzt zu Las Vegas die letzten Jahre. Ähm, aber trotzdem auf jeden Fall ein Upgrade, würde ich sagen. Danach kam dann noch Xavier McKinney. So, Daniel Savage ist weg und Xavier McKinney kommt jetzt rein. Ist meiner Meinung nach auch ein Upgrade. Äh, witzigerweise hatte ich da erst gesehen, dass er zu den Eagles geht, aber ich weiß nicht, wo ich das her hatte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der jetzt zu den Packers und ist da ein Safety. Wieder mal klassisches Beispiel von Spieler, den ich extrem cool finde, der zu einem extrem uncoolen Team geht. Ähm, aber wir werden sehen. Sehr, sehr Achterbahn für Packers-Fans, nehme ich an. Aber am Ende, wenn man außer Acht lässt, wie da Aaron Jones jetzt am Ende weggekommen ist, sag ich mal, äh, hat man sich trotzdem auf zwei Positionen verbessert. Wir haben eben über die Eagles geredet, weil ich dachte, da wäre jemand hingegangen und da sind aber wirklich ein paar Leute hingegangen. Unter anderem Saquon Barkley. Das mag ich nicht, innerhalb der Division zu wechseln, aber auch das ist so ein Business-Ding. Deswegen passiert das. Ähm, bisschen schade, dass das, dass er danach mit, mit Tiki Barber aneinander geraten ist und wirkte auch ein bisschen un-Saquon-mäßig und keine Ahnung. Ähm, Aber ja, für die Eagles ist es natürlich grandios. Die haben sich auf Running Back damit deutlich verbessert. Äh, oder was heißt, ja, doch schon deutlich verbessert, meiner Meinung nach. Ähm, und der hinter der Leinen, Landon Dickerson hat gerade eine Verlängerung gekriegt und sowas, kann schon echt brutal werden. Der andere, der gekommen ist, ist Bryce Huff. Der hat halt bei den Jets eine sehr, so eine Pass-Rush-Specialist-Rolle eingenommen, sag ich mal, ähm, und ist jetzt zu den Eagles gekommen, was ich nicht so ganz verstehe, weil letztendlich, wenn man letztes Jahr ein Problem hatte mit den Edges, mit entweder mit, äh, Josh Sweat oder mit, ach, den Namen, den ich immer vergesse, den Namen der Hassan Reddick, ähm, dann war es, dass sie gegen die Runs, vermutlich halt, also abgesehen von dem ganzen schematischen Shit, der hinten raus passiert ist unter Patricia, äh, aber dann, dass sie gegen den Run nicht gut genug waren und das ist halt genau was, wo du dich mit Bryce Huff noch verschlechtern würdest. Ähm, das Ding ist, ist es jetzt relativ unwahrscheinlich, dass sie beide behalten, also Sweat und Reddick, gerade weil ja auch bei beiden schon Trade-Gerüchte im Raum waren. Die natürlichen, äh, oder den natürlichen Rennersatz haben sie auf jeden Fall sowohl im Roster schon mit Picks letztes Jahr, ähm, aus Georgia und dann jetzt mit Bryce Huff für Hassan Reddick. Also es ist theoretisch, oder es wäre besser für die Eagles, Hassan Reddick wegzutraden, als Josh Sweat wegzutraden, sag ich mal, in Anbetracht der Tatsachen, was man dahinter hat oder was man ansonsten im Roster hat, um den jeweiligen Spieler zu ersetzen. Trotzdem sehr, sehr gut für die Eagles. Commanders haben zwei Spieler, die so ein bisschen unterm Radar sind, geholt und das eine ist Tyler Bjaric, der, der Center, ist mit seinem ehemaligen Coach mit, auch wenn es natürlich DC war und was auch immer, ähm, aber ja, der ist auf jeden Fall und wird direkt starten bei den Commanders in der Line, wird die Line direkt besser machen und dann haben sie sich noch Frankie Louvoo geholt, der auch so ein bisschen, ähm, underappreciated ist, meiner Meinung nach, über den ein bisschen zu wenig geredet wird, der aber ein absoluter Baller ist, deswegen, das sind zwei Moves, die ein bisschen unter dem Radar gehen, die nicht so extrem teuer waren, die aber eigentlich echt smarte, stabile Moves waren, meiner Meinung nach, also ein gutes Zeichen erstmal jetzt für die Führung bei den Commanders. Jordan Brooks ist zu den Dolphins gegangen, da wollte ich auch noch auf jeden Fall drüber reden, aber mehr habe ich dazu und nicht wirklich zu sagen, äh, gutes Signing für die Dolphins, jemanden, den du auf jeden Fall direkt plug and playen kannst in der Mitte da, du hast noch ein paar Linebacker oder Aufbau-Linebacker-Optionen im Team, weiß nicht, ob sie die alle behalten oder ob da jetzt auch eventuell die Trade-Maschinen angeworfen werden oder zu Not jemand gecuttet wird, aber wenn nicht und wenn du die behältst, ist auf einmal Linebacker auf jeden Fall auch zu einer Stärke im Team geworden, ähm, die haben natürlich jetzt echt eine große Lücke da mit Christian Wilkins, aber bis jetzt auf jeden Fall erstmal, äh, smart damit umgegangen, jemanden für die Reihe dahinter geholt und da auch eine der besten Optionen in der Free Agency. Texans haben auch still und heimlich zwei sehr gute Moves gemacht, das eine ist Dinico Autry, der gekommen ist, ähm, für die D-Line, von der D-Line, wollte ich gerade sagen, für die D-Line und das, glaube ich, ist auch ein Spiel, über den zu wenig geredet wird, der aber an sich einen sehr, sehr stabilen Job macht und das andere ist, glaube ich, bisher mein Lieblings-Signing in der Free Agency vielleicht, ähm, was Fit und, und Value angeht, eventuell mit Xavier McKinney zusammen, aber das ist Aziz Al-Shair, Aziz Al-Shair liebe ich sowieso als Linebacker, der geht jetzt wieder zu den Mikko Ryans zurück in das System quasi, ist genau das, was er braucht für seine Linebacker, äh, passt auch irgendwie zu den Texans, I don't know, kann ich nicht artikulieren, warum, aber ich finde, er passt zu den Texans, den sehe ich in der Texans-Uniform, also ja, Aziz Al-Shair zu den Texans, ist auch so ein Move, der ein bisschen unterm Radar ist, aber, pfff, das kann, das kann wirklich böse sein nächstes Jahr, das ist eventuell das, was Dre Greenlaw für die 49ers ist, kann Aziz Al-Shair jetzt für die Texans sein, eventuell sogar noch ein bisschen wichtiger, sage ich mal, weil du einfach keinen Fred Warner noch vor dem hast, äh, also ja, guter, sehr, sehr gutes Signing, eventuell mein Lieblings-Signing bisher. So, das letzte, was wir noch machen, ist über die beiden Traits reden, die es gestern gab und ich glaube, wir fangen erstmal mit dem unspektakulären Trade an oder unspektakulären, das ist Carton Davis von den Buccaneers zu den Lions, ihr seht es hier auf dem Screen, äh, Lions geben einen Third-Round-Pick und da bin ich mir übrigens nicht ganz sicher, weil Spotrack sagt, es ist der 73ste, ähm, was der von den Vikings ist, glaube ich, den wir gekriegt haben, noch in dem Hawkinson-Trade, ähm, ich habe aber gelesen, dass es der von den Lions ist, das wäre dann was, 92, 93, irgendwie sowas, ähm, 92, glaube ich, ne, und ich glaube eigentlich, der Quelle, die gesagt hat, es ist der 92-Pick, aber Spotrack ist eigentlich auch relativ zuverlässig, deswegen, wir werden sehen, ist halt schon nochmal ein gewaltiger Unterschied, das eine ist ein ziemlich früher Third-Round-Pick, das andere ist ein sehr, sehr später Third-Round-Pick, ne, deswegen müssen wir mal gucken, welcher davon es ist, Lions kriegen dafür, wie gesagt, Carton Davis einen Sechs-Runden-Pick dieses Jahr, einen Sechs-Runden-Pick nächstes Jahr, ähm, warum ist das passiert? Die Buccaneers brauchten einerseits Geld, ne, die Buccaneers brauchten Geld und brauchen höchstwahrscheinlich auch nächstes Jahr Geld, Carton Davis ist im letzten Vertragsjahr, das heißt, für die ist es so eine Sache, okay, er war ein bisschen verletzt die letzten paar Jahre, an sich gut gespielt, aber ist bei denen halt auch nur Corner 2, nach Jamal Dean würde ich sagen, manche sagen vielleicht, Carton Davis ist höher, aber für mich war er Corner 2, ähm, wie gesagt, ein bisschen verletzt gewesen die letzten Jahre und wir haben nächstes Jahr höchstwahrscheinlich sowieso nicht das Geld, um ihn zu verlängern, das heißt, nächstes Jahr würde er höchstwahrscheinlich in die Free Agency gehen, so, bei den Lions ist es eine Sache, ey, wir brauchen den, wir haben keinen Jamal Dean, bei uns wäre er höchstwahrscheinlich Corner 1 und Camp Sutton geht auf Corner 2, damit ist unser Draft-Need für Cornerback direkt auch erstmal weggegangen, weil wir auf einmal eine große Lücke auf Guard haben, das heißt, Interior O-Line ist jetzt vermutlich ein Need Nummer 1 für die Lions im Draft und Corner dann vielleicht eher so Runde 2, 3, was auch immer, auf jeden Fall haben die Lions jetzt den Vertrag übernommen, das ist ein Cap-Hit von 14 Millionen ungefähr dieses Jahr, aber dadurch, dass ein Third-Round-Pick getraded wurde, egal ob es 73 oder 92 ist, gehe ich sehr stark davon aus, dass sie den Vertrag nicht recht strukturieren, sondern verlängern, aber dass dadurch der Cap-Hit dieses Jahr bisschen weniger wird, ist egal, Lions hätten den so oder so, also es ist, glaube ich, eigentlich ein Win-Win-Szenario für beide Teams, ich glaube, hier wurde niemand abgezogen, egal ob es der 73 oder 92 Pick ist, wie gesagt, es ist ein Unterschied, aber ich glaube, der Trade ist nicht in die eine oder andere Richtung krass, egal welcher von beiden es ist, ist für beide Teams sehr gut, für Carton Davis vermutlich auch ganz cool, weil er die Chance hat, Corner 1 zu sein jetzt bei einem neuen Team und da auch ein bisschen, wenn er funktioniert, ist er halt der absolute Heilsbringer, weil er vom, das Niveau vom letzten Jahr zu dieser Saison kann halt eigentlich nur besser werden, also gute Situation für ihn, natürlich aus Tampa nach Detroit ist vermutlich nicht so cool, aber dafür zu einem Team, was im NFC Championship Game war, also nee. Der andere und natürlich große Trade, den wir haben, ist, dass die Giants sich Brian Burns ertradet haben von den Panthers, haben direkt auch seinen Vertrag verlängert, die Panthers haben einen 2nd Round Pick dieses Jahr und einen 5nd Round Pick nächstes Jahr gekriegt, also absolut fumbled the bag, wenn man überlegt, dass sie letztes Jahr Angebote hatten mit mehreren 1st Round Picks angeblich, ja, absolutes Missmanagement, kann man da nur sagen an der Stelle und das ist jetzt so eine Sache, wo auf der anderen Seite ich sehr viel gesehen habe, von dem, ah, viel zu viel Geld für Brian Burns und warum machen die das und da, zwei Sachen dazu, erstens, wenn man jetzt liest, oh, der zweitbestbezahlte Defensive End, er ist auch der erste Defensive End in der Größenordnung, der einen neuen Vertrag gekriegt hat, jetzt mit dem neuen Capspace und er ist trotzdem nicht der Bestbezahlte, obwohl er ein Top 10 Defensive End in der Liga ist, also der Vertrag ist voll in Ordnung und das nächste ist, oh, die sind absolut nicht in der Lage, dieses oder nächstes Jahr anzugreifen, warum holen sie sich Brian Burns und bla, erstens, muss man darüber nachdenken, dass sie letztes Jahr in den Playoffs waren und zweitens, also vorletzte Saison, was auch immer und zweitens, ist Brian Burns immer noch jung, ich glaube, der ist jünger als ich oder ziemlich genau mein Alter, also ich glaube, der ist 25, 26, irgendwie sowas, der wird noch ordentlich lange in der NFL spielen, den hast du also jetzt nicht nur für so ein kurzes Fenster, das ist jetzt nicht jemand, den du dir nur ertradest, wenn du in einem Winnow bist und eine Fehleinschätzung von den Giants und so, das ist einfach ein Blue Chip Player, den du nicht so wirklich einfach kriegen kannst in der NFL, der jetzt für die nächsten Jahre in deinem Team ist um den rum du aufbauen kannst und den auf der anderen Seite von Kayvon Thibodeau zu haben, ist auch schon erstmal brutal, also meiner Meinung nach super, super Trade für die Giants, ähm, Panthers, es ist, die sind den Vertrag los, die haben jetzt sehr viel mehr Cap Space und so weiter, aber am Ende kriegst du einen Zweit- und Fünftrunden-Pick, also schon Big Oof, selbst wenn es ein hoher Zweitrunden-Pick ist. Jutsch, das war es mit dem Video, ein bisschen länger geworden, als ich dachte und gehofft hatte und was auch immer, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, wenn ja, lasst ein Like, da, wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder, bis dann, ciao!